Hallo ihr Nachbarn, Willkommen zurück zu Let's Play Talk Ever Age of Golden mit Alex! Hallo! Und wir gehen heute einen Fledermaus-Dämon zersägen? Nein, wir haben doch gar nix scharfes und auch nix sägiges. Wir haben Knüppel mit so Dingern. Dann machen wir Schnitzel aus dem. Nein, wir hauen das Fleischklopper gegen hier. Zartklopfen. Ja, gehen wir. Und jetzt können wir auch da ganz oben auf das große Ding drauf? Ja, da hätten wir auch gekonnt, aber ich glaube der Dämon wäre nicht da gewesen. Oder wäre der da gewesen und wir hätten auch noch mehr Kräste. Das sieht schon hübsch aus hier aus meiner Perspektive. Ich meine, das ganze Ding sieht ja auch gut aus. Also eine Weitsicht habe ich ja eingestellt. Das sieht schon ganz gut aus. Wird natürlich wahrscheinlich viel besser aussehen, wenn wir einen Rechner vertreten. So, jetzt müssen wir, ich glaube, hier einmal lang. Oh, kacka. Ja. So ungefähr sich der andere auch aus, nur viel größer. Na ja, diese Lederstreifen, die die aufsammeln kannst, die kannst du bei dem Typen am Anfang, ähm, am Eingang abgeben. Die dann für jeweils fünf Blöden einen Halt. Ja, geil. Oh, jetzt kennt sie uns, glaube ich. Was brauche ich einen Halt dran? Ich hab dich, man. Ja, was ist mit den Soloquests? Ach, Quatsch. Ich mach' ich dann einfach, äh, äh, wenn ich zehn Level drüber bin. Und Finisher. Boah, hohoho, im ersten Schlag. Aber auch bescheuern, guck, jetzt bist du dann mit der Brune beschäftigt. Und ich bin noch in der Einmalzone gefangen. Ich hab' genau zwei Stück gekillt jetzt. Ne, ne, äh, die Animation, die macht trotzdem den Standard-AO-E-Schein. Der Schein kommt trotzdem auch noch von dir aus. Ah, ach so, okay. Ich glaub' wir sind hier falsch, oder? Egal, alles töten. Nach dem Weg Frank kommen wir danach. Wo geht's zu deinem Boss? Hey, du Leiche! Das macht man! Da war schon wieder Faker und die... Boah! Alle sind mir echt falsch? Das hat auch gut, die man, die, 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 die... Ich glaub' ich glaub' ich... Abschlagen will und es geht einfach bei der deutschen Bestandkommission. Also bei mir war doch vorgestern, da gestern mal so der Cop-Abdor, hast du auch gesehen. auch immer die falschen Treppe genutzt wird und auch mann ja ich habe ich vertreten das hätte man sich mit dem Schwein mit dem Armjahr den Schweinebauern auch schon mal die falsche Seite vom Zaun gesprungen gleich mal ein Blatt Klinik und Milchern Prozent wenn du mir für mich ich will nicht mehr wir kommen jetzt zu dir auch damit ein ganz gut rumlaufen ja auch immer mit allen Leuten und dann wo bist du ja einmal noch mal links um die Ecke dann legst du ordentlich was mit? ja boah alter wie viel hab ich denn jetzt hier gepult? komm her man du bist das geil oder? ja jetzt hat der 25 die alle mitgebracht grad verdammte scheiße wo bist du? alter wo bist du? scheiße du sollst weiter laufen einfach ich glaub ich bin zu weit gelaufen du siehst doch wohl ein blauen Pfeil auf dem Feld ja du ehrlich ey ja aber auch mein Fehler wollte ganz cool sein und ohne Fallschaden aber ich glaub ich hab einen richtigen Weg gefunden weil hier ist so ein großes Tor ach du scheiße ich vielleicht auch nicht boah nee nee das ist mir zu viele hier er lauft weg einfach er lauft einfach weg er lauft trotzdem einfach weg komm mir entgegen hier da bist du ich seh dich ich seh dich ich seh den Pfeil von dir in der Fall so ich weiß nicht in welche Richtung du bist hier sind noch mehr da bist du ok komm her ja ne man nein nein ich komm nicht mehr weg ich komm nicht mehr weg nein du kannst doch nicht da stehen bleiben ich wollte doch bloß kurz eilen nein Alter lass das nicht zu dicken Mann ey 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 Kaiso bleibt er da stehen mit 10% Leben und jetzt so 30 Typen zusammenschlagen geil Mann ich konnte nicht weiter auch nach oben garne was die 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 haben mich geblockt ja ähm du kannst mich wiederbeleben wenn du möchtest ja ja ich komm gehörig vorbei das ist grad nicht viel los hier hier sind noch vier andere die sind hier ja noch hinterher gelogen ah scheiße ey aber wie viele waren das? 15 Mann oder so? ja vor allem ich glaub das sind auf einmal mittendrin noch ein paar neue gespawnt die ich den auch mitgenommen hab sooo dann können wir mal mein Heilsauer mein REC Zauber ausprobieren ey ey ne nicht REC heilig Niederbedingungen was, 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 was tut du denn eigentlich? der Bobo ich muss ihn dran sein oh, muss man fast dran sein der Stufe 25 und dann Netmetze die ganze hier alles rum ja, ich hab die letzten auch 25 gehabt der das gemacht hat der hat mir aber geholfen und sie alleine hier nur der Verfahren war Totenstille, nur ehrlich doch vollkommen, jetzt auf einmal wo wir angefangen haben, die zusammenzuspielen hier das war echt eine gute Animation ist jetzt so zwei Bären kam grad aus mir raus ey ich stehe es auch noch mal auf jetzt, was ich das gemacht hab muss irgendwie annehmen ah ja, so thank you du hast denn hier nicht gekriegt, mal was das ist nett also, oh, der voll krass, man also, wir lecken hier auch gerade, glaub ich kann das sein ich nicht komm mal her hier wir wollen ganz viele auf Arme töten so wie ihn ne, ähm die Frage ist ja, wie viele würden wir denn schaffen, weiss? aber mit 10% Leben ist ja ganz klar, mit dem Heilsystem kann man das schlecht gegenheilen, ne? so, eine Sekunde, kann man das auch auf einen Slot machen? ey, geht nicht, scheiße oah, scheiße, ich bin in die Lava da ich hab's grad noch gesehen, ey haha, scheiße wie klingt jetzt mein Grabstein wieder hier unten drin, ne? ach du Kugel ist das beschissen, ey, ey ich glaub, wir haben auch den Niederbelebungsstein vergessen, Mike so aktivieren mitten im Dungeon, jetzt muss ich ganz vom Start einmal runterlaufen, ne? oh, 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 äh, soll ich entgegenkommen, oder? du kannst du aber warten, ne? ich mach das jetzt mal so ich warte an der Lava jetzt mal hier so ein bisschen Leute, mal gucken, ob das geht, ob ich das hier überlebe das ist eine unsichbare Wand oder was? oh man, ich hab massiviert gespart, aber ich bin fast k np. ich mach das noch mal Warte zu bezweigen auch wenn ich die Tiefel sind, hast du ja länger als im Zukunft dieses Symbol, ne? ja jetzt ich nehme ich hier das Ding ins Moment doch mal zurück wiederbelebnis Gott ich mache gar nicht die Scheiße ich habe in dieser Folge noch in der Augen ja noch der Bobo der farmt die ganze Zeit in Prozent den Schamanen ab ja weil der Boss ist wahrscheinlich oder war der Boss nennen eigentlich nicht ich glaube wahrscheinlich hat er trotzdem garantierte Drop Chance oder so man sei ziemlich bescheuert man kann andere Sachen machen um Geld zu verdienen so wird es aufsteigen weiß und später in die Sachen so bist du noch mal da Wetten hier können wir zu den Wiederbelebenspunkt aktivieren und machte das er machte mann er ist ein Zeitsprache er ist er das will ich keine Annotation er will dem einfach mit ins Gesicht dritte und dabei ist der Kopf der Euro sind schon wieder hier ist ja der Dorf äh, der Schweine hier glätten hier du bist 20? ja, ich hab vielleicht ein 8 vom Level 20 oh, die Schuhe Konstitution, Combat Rating hab ich die Brust brauche ich nicht, die Scheiße aber die Schuhe die Stärke, Konstitution ne, kannst du haben, hast du schon? ich hab auch hier das Bessere, ja? da hab ich noch einige geklatscht, da hat er gesplattert auch Geert, warte mal, ich skill den jetzt mal was als nächstes Skin das ist ja hart ich kann die 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 bloß 10 kann ich skill das ja hart insgesamt könnte ich 25 scale das ist chore die stufe und noch mal die ziel aber er laufen kann ja auch er ist auch im ganzen prozent schneller als du glaub ich du uhr ich habe hier habe ich das überhaupt was hast du gespielt sind aber das gleiche überraschend wird es zu tun überraschender hieb guck da ist wieder was was ich gar nicht noch gar nicht benutzt hab hier weil ich gar nicht wusste was ich das hab Trash A mal 2 hat er automatisch ein wird dran kann man sich auch noch eine zweite Leiste oben drüber anzeigen lassen äh ja glaube ich schon weiß ich nicht genau Trash A mal 1 3 2 3 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 denn kann nicht weiter das ist gewandte Treffer er kann nicht so ist er will sehen dass es ist ja nie aber bei mir zum Beispiel nicht weiter als du für sechste der Typ immer noch rum noch mal ja hier einmal sammeln die 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 oder so, irgendwie so, so ne Fähigkeit? Äh, ich hab irgendeinen Wirbel, aber der ist nur für zwei Einwandwurfen. Genau, genau. Das ist aber mit das stärkste, was du hast, glaube ich. Ja. Ich will aber sparen. Da kannst du in dem rechten Baum auch total viel draufskillen, glaube ich. Hab ich glaube zwei oder drei so ne Dinger gesehen. Also den kannst du übelst verbessern. Jetzt zieht die Step hoch, ne? Äh, genau, die linke Treppe. Da war ich nämlich vorhin schon, da hab ich die alle gepullt. Achso. Hier, komm mal, die Minions sind egal, der rückt ja mal neu. Ich bin jetzt nicht tot. Ach, jetzt bin ich auf Bedarf, ey. Ist'n Sinn. Oh. Hab ich die jetzt bekommen? Ne. Oh, egal. Ich bin jetzt über die Flatsche. Ich habe ne immer gewonnen. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt schon krass. Ich bin jetzt auf dem super Nachfragen. Also wenn ich mit dem Live-Log. Das wird ja auch nicht geklärt. Ich habe ja auch nur gewonnen. Aber ich habe auch einfach einen gewonnen. Ich habe das mit dem Monatour nicht gewonnen, die sind auch ein Team in den Aufnahmen verbringen. die Stufen untergehen, die hauen auch gar nicht mehr so rein, obwohl, da hat sie noch einen mehr. Oh, einer, jetzt komm ich hier nicht in die Hütte reingelaufen, um mich zu hauen, ich hab da mir einen Kopf irgendwo festgelegt. Okay, du läufst, du läufst als erstes dann rein, weil du kriegst ja mehr hier vom Land, ich bin, das ist natürlich, wenn du den Tanz, zusammen. Ey, also jetzt, wie lange diese Behindertenanimation gefangen? Ey, das ist überall keine Damage stattdessen, das ist überall in der Konstitution, mindestens. Blümmer. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Oh, wie ist es mit so stehen, knackt einer da raus? Ja, das ist eh das total bescheuert, das ist hier am Ende. Ja, das ist eh das total bescheuert, das ist hier am Ende halt so unbroken, ich glaub dafür brauchst du halt ein Zweihandschwert. Zumindest sieht das immer so aus. Ich hoffe ein wenigER, das ist mehr so ein da. Aber ob keine Au prince vor�� Ella ist, wo und güven прежде Und da davon reden wir, dass wir in derinasunted keine auch nicht getroffen ganz kurz ja ok Absoluter Witz, oder? Die haben wir auf keine Stufen, oder? Runde mal alles ab, hier einmal und dann eine Treppe, hier eine Kante von der Treppe, das ist schön. Da oben ist ein Schleetgeil, der ruft mir den ganzen Tag. Da hinten ist noch ein Schleetgeil, erstmal den Highlight jetzt einmal. Da hinten ist noch ein Schleetgeil, da hinten ist noch ein Schleetgeil. Wie haben wir denn so viele davon pullen können? Die haben noch zutaten, zwei, 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 drei, drei, drei. Foto. Da ist noch einer übrig, Mann. Achso. Die wollten uns Gott zeigen. So wie ich das mal. So wie ich das mal. Aber hier, Fälschung original. die nahe mich kommt und hier ist nicht mehr das ist ein Willi gemacht von hier liegen noch Sachen muss ja jemand anderes hier aus Scheiß zufrieden aus dem Motto dass wir haben es diese 25-jährigen Demo auch von jetzt ist es bei uns aber irgendwie muss ja wir waren es nicht das mit dem sein oder wir haben es gesehen der hat nicht mehr geholfen Wir müssen jetzt mal fach und sterben, ne? Oh, jetzt wird's gegen Eiberia Boah, Alter Also pullen können wir nicht, da ist ja noch einer So, mit dem Gemetzel schließen wir erst mal ab Und sehen uns dann auch nicht im nächsten Pat-Nachbarn Bis dahin macht's gut, tschüss Tschüss